Hallo und willkommen zum achten Teil meines Let's Plays von The Excavation of Hobbs Barrow, einem Horror-Point-und-Click-Adventure von Cloak & Dagger Games, herausgegeben von WodgetEye Games. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Englisch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gruselige Unterhaltung. Dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Excavation of Hobbs Barrow. Wir haben wundersame Dinge erfahren und wir sind endlich auf Mr. Scholder getroffen, der uns ja hier eingeladen hatte, also nicht uns, sondern die Kollegin hier im Bild, um eine Ausgrabung zu machen. Und der sich jetzt seit zwei Tagen offensichtlich nicht hat blicken lassen und auch keine Nachricht hinterlassen hatte und nichts und selber nicht zu Hause anzutreffen war. Also wir haben ihn wirklich überall gesucht und nicht gefunden. Und jetzt eben vorhin quasi ist er uns begegnet das erste Mal. War offensichtlich krank seit Tagen mit Fieber im Bett. Offensichtlich hat er uns nicht gehört, als wir bei ihm mehrfach geklopft haben. Alles sehr fragwürdig und zweifelhaft, möchte ich mal sagen. Aber wir glauben es natürlich. Wir haben ja gar keinen anderen Punkt. Und ja, wir werden jetzt hier gemütlich diese Runde weiter fortsetzen und schauen. Achso ja, und schauen, wie wir jetzt an Helfer reinkommen, die mit uns diese Ausgrabung machen, die wir jetzt ja machen dürfen. Wir haben ja Erlaubnis. Sie haben ja, Herr Lennart, ich sehe. Ja, endlich. Das heißt, der Name Sachsnot ist nichts für Sie? Nein, ich kann nicht sagen, dass es das macht. Hm, good-bye. Sie sehen uns bald. Hallo wieder, Herr Schulter. Miss Bayman. Using Bulee. Was denkst du Ihnen? SCH'd town h Toure, being하게 되면 sie nicht более movie. Deine Jungen ausbrecht vedetieren uns nicht. Das houden Rosst저ret ist heute aufgeprochen. Viren Sie k neozin den Handel. Wow! Das macht you. What do you think of Charles Bryden? He is a decent man. It must have been hard for him after that terrible business with his brother. Without a doubt. I must say I had assumed you had at least spoken to him about my visit. Sorry lass, I had no intention of giving you the runaround. Again, I can only apologise. What do you make of Mildred Walker? Who? I believe she is also known as Mother Mildred. Oh, we used to get about when we were children. Our pals have not crossed in a long while. What I have been able to bring to this place. With whom I would say that there are less than 100 people, maybe 100 people living. That they didn't meet them for a long time. That they didn't meet them for a long time. There is a market. Where can people go to the place? Do you have to go to the place? Or a place where you want to drink? Do you have to go to the place? Tell me about yourself Mr. Shoulder. I'm sure the locals have filled you in already, lass. You cut quite the mysterious figure. Most had little to say. It's true. I do tend to keep me head down. When one gets to my age, one grows very comfortable in one's home. I like the isolation of them all. I wouldn't change it for anything. I take it you don't get many visitors. Oh no. Nobody bothers me. That's the perk of living so far out. Just me and me hands. I used to come into Beaulieu more often. Back before me health went to bugger, eh? What else can you tell me about this sacksnot? Try not to worry yourself too much with these old stories. Leave those to the locals, Miss Bateman. Have others spoken of goblins appearing in their dreams? A dream is a dream, that is all. They merely make for good stories. I know, I know. But to answer your question, no. Not to my knowledge. Is there anything else I should know about Hobbs Barrow, Mr. Shoulder? No lass. I'm certain we will know a lot more about it by this time tomorrow. I hope so. What do you make of Lord Panswick? His lordship is an important man in Beaulieu, as I'm sure you have gathered. His family has commanded much respect here for many generations. Do you respect him as a leader? I do. He wants the best for the village. Without his influence, the railway line would have never come through here. Does he want more visitors? Aye, I believe so. He has great ambitions for Beaulieu and wants to share them with the world. If you don't mind me asking, what is the nature of your ongoing illness? Oh, just the ravages of age. Getting off this bench will be a small battle in itself. Something you won't need to worry about for many a year, Miss Bateman. Growing old is a blessing and a curse. And what of your recent fever? An ordeal, it were. So much tossing and turning. But I'm right as rain now, especially after a mug of ale. Don't worry about me. What are Lord Panswick's plans for Beaulieu? He's rebuilding an old chapel on his estate. He seeks to bring God back to these lands. But what about St. Edmunds? I think Father Roach might argue that God has never left. Indeed. Let's leave such arguments to them, shall we? Thank you for your time. Aye, Miss Bateman. I'm looking forward to tomorrow. Yeah, you're not very helpful to show me people who could help us. What does that make here not easier, I think. I don't think anyone is home. Hmm. No one here. That's mean I. It's so a very small north, if the people aren't at home. Where are they then? Good day. Yes. Does the name Saxnot mean anything to you? Never heard of it. What is it? Hmm. Never mind. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Yeah, 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 yeah. There's nothing else I wish to discuss at the moment. Hmm. Hmm. Mr. Brydon is also not here. Hmm. Is anyone home? Hmm. He's not answering. Pshh. Of money. Maybe it's not, he's not, he's not here. I think we're at the moment. I'm hungry. No, we've got a crush. I'm hungry. Deidre, I'm hungry. Yes, that's the way I miss. It's easy. I'm hungry. We're hungry. We're hungry. I'm hungry. Bye bye. Fine. I don't need to go in there again. I don't need to go in there. 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 What's yours? Don't be shy. I don't mean you any harm. What are you doing out here all alone on the moors? Do you live here? Hmm. Would you like me to fix your bow so you can play your fiddle again? Yes? Hey! Most peculiar. Perhaps I can mend the bow for her. If memories of my childhood violin lessons serve me right. Bowstring is made from animal hair coated in a waxy resin. The strings don't vibrate without it. Hmm. That's easy. We're just going to Mr. Bridons Farm. We're going to the farm. We're going to the farm. The farm has nothing to do? What's wrong with you? The goose is a bit too coarse to be used for bowstring. Okay. Good, good. But what could it be? Ich habe keinen Wunsch, einen Block von Haaren über die Landwirtschaft zu schrauben. Es gibt nichts anderes, was ich gerade zu sprechen möchte. Ich kann nicht die Badges wieder besuchen. Ich war glücklich, dass sie enttäuscht sind. Nein, hier ist auch nichts. Also wir müssen ein Tier finden mit Haaren. Mit gegebenenfalls langen Haaren. Wir gehen nach Hause, nicht wahr? Ich glaube, dass wir uns treffen. Miss Thomasina Bateman, der bekanntlich Antiquärin. Meine Reputation überläutert mich. Ich kann euch sagen, dass es geht. Und du bist? James. Du bist ein Schilder? Du siehst dieses Bett vor dir. Schau dir das Wasser. Schau dir, wie es enttäuscht und fällt. Ich suche einen Ort, an dem meine Augen können. Be es eine Steinme oder eine kleine Karte der Karte. Ich sie mit meinem Blick. Und aus dem Enttäusch und Enttäusch, eine neue Land riecht. Ich sehe eine neue Welt. Ich habe sicher die eloquenz von einer Artistin. Ich sehe eine neue Welt. Was ist das? Eine neue Welt. Eine neue Welt. Es ist ziemlich die Ambition. Insofern. Meine Ambition hat keine Grenzen. Kann ich es sehen? Noch nicht. Es ist nicht fertig. Und so eine Welt ist nicht complete ohne dich in es. Du flattest mich, James. Nase. Sie sagen, dass ich dich schau dir? Ich habe nicht gesehen, deine Arbeit. Was, wenn du nicht schaust? Nein, mein Lieber. Du solltest du die starre der neuen Welt sein. Wenn die Zeit kommt, werde ich auf dich sprechen. Was hast du von dieser Steinmeier? Es sieht sehr altes. Du möchtest es behalten. Du kennst den Hobbes Barrow? Ich möchte noch mehr über dich, Tomasina. Was fühlst du so? Was fühlst du so? Was macht dich愉ian? Hahahaha. Flirken oder Lügen. Flirken oder Lügen. Ach. Well, I like to rise early and watch the sunrise. With your husband, I'm sure. No, I'm currently unentangled. Such a view should be shared with at least a lover. Do you deem yourself fit for this position? Indubitably. But do go on. How do you like your tea? Hot, with just a splash of milk. No sugar, of course. No sugar. It rots the teeth. Your smile is as dazzling as the Himalayan snow. Oh, James. And finally, what makes you happy? Spending time with my father. I should like to meet him. Perhaps you will. And you, James. I propose the same queries to you. All in good time. My truths will surround you in good time. Do you know Leonard's shoulder? A man of Beaulieu? Yes. I care not. For the men of Beaulieu. Only for the... Visitors. Was that your dog? Yes. His name is Sydney. Quite the excitable pup. Don't mind his bark. The little fellow wouldn't hurt a fly. What do you know of Lord Panswick? A fine gentleman. Now that is someone who commands respect. Do you know him personally? No, I... I don't think anyone can really claim that. But what a tiring subject. Should we discuss something a little more... exciting? Goodbye. See you soon, my dear. The delicate flowers smell rather sweet. Hund hinterher. Hund hat ja Hundehaare. Wäre ja durchaus... ...nicht ganz uninteressant. Und wenn die nicht andere Dinge nur einklicken können? Den Bach? The water is icy cold. Hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Ah, guck an it. He's marked. Can I interest you in a pie? Finest mutton in all the county. Two pence each. No, thank you. You're missing out. Hello, Miss Tompkins. Hello. We weren't introduced earlier. My name is Thomasina. Mum. How do you fare, Miss Tompkins? I'm waiting for Mr Ambrose. Have you seen him? Who's that? The milkman. Miss Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. I'm afraid I haven't seen him. You are in the employ of Lord Panswick? Aye. He employs half a buley in one way or another. Shh. I'm in need of some help for my excavation. Do you think his lordship could lend me some of his labourers? Maybe. Maybe. Might you introduce me to him? Sorry, ma'am. But his lordship doesn't take visitors. Any road. I must wait here for Mr Ambrose. Miss Fenchurch will be ever so cross if I've no milk for his lordship. Das haben wir verstanden. If Mr Ambrose doesn't turn up and I find you some milk, would you be able to introduce me to Lord Panswick? Hmm. His lordship really doesn't like visitors, ma'am. I'll take the risk. Miss Fenchurch will be cross with me. But should be even crosser if I come back without fresh milk. So do we have a deal? Aye. Bring me some milk and I'll take you to his lordship. Thank you. But hopefully Mr Ambrose will arrive soon. Hmm. Have you been waiting long for Mr Ambrose? Aye. He should have been here a good two hour ago. He's here every market day, you see. He sells only the freshest milk. Miss Fenchurch swears by it. I hope Miss Fortune hasn't befallen him on his way here. I'm sure he will turn up. Oh, I hope so. Are you familiar with Hobbs Barrow? What's that? Never mind. What do you make of these stones? Oh, gives me the creeps. Why? Dunno. Just a feeling. Who is Miss Fenchurch? Is Lordship's housekeeper. I'll let you know if I find some fresh milk. Thank you, ma'am. But tell me if you see Mr Ambrose, won't you? I will. Yeah, Mr Ambrose. Good day. Fresh produce. What have you got for sale? I'm selling meat, vegetables and all sorts of herbs and things. You're welcome to Avogandah. I'll be sure to browse. Do you have any milk for sale? Not today. Sorry. Goodbye. Terramis. I should ask Mr. Biden for permission before attempting to milk his goat. Es ist richtig. Das sollten wir überbauen. What do you want? Do you have any fresh milk going spare? Ha. If you can get any milk out of old Eunice, you're welcome to it. Eunice? Das klingt so, als wäre es nicht so einfach. What a wild looking thing. All right. We're doing this. Ich... Ich... Ja, gut. Das ist ja dann nur ein bisschen schwierig. Das ist ja, gut. Ist es da nichts, was ich tun kann, um Hilfe zu helfen? Ja, meine Frau würde sagen, ich bin außerhalb von Hilfe. Ich bin sicher davon. Aber wenn Sie wissen, ob Sie irgendwelche Reaktionen für Schmerzen, sende sie mir weg. Ich werde sehen, was ich tun kann, Herr Bryden. Ich gehe nach dem Rest für einen Moment. Es gibt es jetzt. Jetzt könnten wir mit Frau Mildred sprechen. Die müsste ihr Ahnung haben. Dad, ich habe etwas für Sie. Ich hoffe, Sie haben es gut gemacht. Ich habe sehr gut gehalten. Ich werde es jetzt für Sie, okay? Dad, du musst du erinnerst. Das ist der Tag, die das alles begrenzt hat. Das ist die Red Urn du in die Garten hast für mich. Das ist mein erstes Excavation. Hmm, where should I put it? Mother took away all the knick-knacks that used to sit on these shelves. The pot might look nicer a little closer to the light anyway. Perfect. It will catch the light from your lamp so nicely. There. I'm going to become a great barrow digger just like you. I hope the pot reminds you of those adventures we had together when I was a child, and how thankful I am for everything you've taught me. Now I must tell you about my visit to Pallinghurst. I found an arrowhead. Good day. Yes? Do you know of any remedies for aching joints? You're too young to be suffering from this, surely? It's for someone else. Mr Bryden. Yes, yes. I know just the poultice. Capital. May I have some? I don't have the ingredients, I'm afraid. What do you need to make it? It's a simple blend, made of natural elements. Elderflower and flirtwort. I can make the poultice for you if you bring me these things. Then it just needs to be applied directly to the joints. That should ease his burden. Thank you. Where can I find some flirtwort? Flirtwort is not commonly found around Bewley. It's a perennial shrub that bears small white flowers. You might find some growing out on Moors if you're lucky. Thank you. Where can I find some elderflower? There used to be quite a few elderplants growing here in Hearnwood, but they've long since gone. Nowadays you might find the shrub growing within a hedgerow or a private garden. I see. What does elderflower look like? Elderflowers are small, white and growing clumps on the elder shrub. Elder shrubs can grow in all shapes and sizes. Just look out for the clumps of tiny white flowers. Do you have any fresh milk going, Spur? No, sorry. Not to worry. Farewell. Hmm, okay. Dann würde ich ja sagen... ...dass wir hier hinten fündig werden. So gar nicht. Das ist noch lecker. This looks like it might be Elderflower. I'll take some. So, und dann können wir noch aufs Moor hinauslaufen. Mm-hmm. Okay. Aber ich habe mich nicht... Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier an irgendwas vorbeigekommen sind, was so aus... ...und daher haben wir vielleicht doch mehr Glück bei der Dame auf dem Markt. Ich habe nichts anderes zu fragen, vor dem Zeitpunkt. Okay. Dann nicht. Ich will sicherlich nicht, es zu bemerken. Fresh und steig. Ich glaube, ein Hörer. Hmm. Hörer-Hörer würde eine feine Bostring machen. Okay, haben wir es denn jetzt wenigstens? Nee. Ich kann sicherlich den Knopf nutzen, um ein bisschen Haar aus ihrer Haar zu kümmern. Aber ich werde sie Vertrauen haben, wenn ich eine Hörer auf der Nase habe. Ich will nicht, ein Eingang zu verlieren. Ich werde sie Vertrauen haben. Das ist nicht meine, die zu nehmen. Ich will nicht, ein Pferd zu kümmern. Ich will nicht, ein Pferd zu kümmern. Wie dort keiner da. So, und wir können ja nicht weiter. Das heißt, wir finden es da auch. Schwieriglich, Schwieriglich. Ja. Und die haben wir ja schon selber. Tins of corned beef, ghastly. Sacks of apples and cabbages. They've all seen better days. Good day. Freshly picked apples, miss. Shh! Would you like to try one on the house? Yes, please. Here you are, miss. The apple looks somewhat rotten. It's riddled with holes. Hey girl, would you like an apple? She is completely indifferent. Perhaps the apple is too spoiled for her liking. I could certainly use them, but I'm gonna... Yeah, I've already forgotten. Also, it's not a apple. Ah, what? Hello there. Yes. My name is Thomasina. What's yours? Ted. Ted Cross. Pleased to meet you. Likewise. Is that your horse stationed in the alley? Aye. Thistlecrack is her name. That's an unusual name for a horse. Aye. It will watch you a cold when I bought her. Glutton would be a better name. She likes her treats. But it feels wrong to change it. Have you heard of a place called Hobbs Barrow? Can't say I have, miss. What is it? Never mind. Are you a local, Mr Cross? Oh no. I'm just passing through. I'm a musician. Just myself, me guitar and me horse. Are you a travelling musician? Aye. I've been playing a new song tonight. I've just finished the lyrics. What's it about? You'll have to come listen. What do you make of Bewley? Can't say that I know much about this place. I don't usually travel this far south. I see. Thank you for your time. Make sure you watch my performance later, won't you? I'll try. Do you have any fresh milk going spare? Sorry, lass. I've none at all. Never mind. Goodbye. See you soon. I have nothing else to ask for the time being. Oh, yeah, they're good. The produce is not my... The produce is not my... Good day. How did you like your apple? I'm afraid it is rather rotten, sir. Hey-op. That's slander, that is. Don't you be going round telling Fog I'm handing out rotten apples? I'm not sure they would be interested. Perhaps you'd be more interested in a freshly made, just... No, thank you. Mutton pies! I really don't want a mutton pie or a scotch egg. Good day. Good day. Hey-op. Do you have any fresh milk going spare? I'm a blacksmith, not a cattle farmer. Quite. Good night. Ich habe eine Mädchen auf dem Teufel gesehen. Sie hat mir dieses geschlossene Fügelbeuch gegeben. Ha, gut, du hast die lokale Folklore erstmals erlebt, Lass. Hm, danke für deine Zeit. Hi, ich spreche mit dir später. Hm. Also nichts Peiges, nichts Äppeligeres. Ja, also hier ist auch nichts dabei, was man sagen könnte, was einem Pferd schmecken würde. Ich würde ja auch, also ich wüsste nicht, ich wüsste irgendwie Karotten. Hm. Ja, mein Fenster und noch ein Fenster, wir haben eine Tür, wir haben eine Kiste, wir haben... Ja, so, wir haben was zum Festmachen, wir haben ein Pferd und wir haben einen Eimer. Der Hörsch hat mit einigen Trinkungswasser gegeben. Ja, ne, das. Aber es bringt nichts, dem Pferd unseren schlechten Apfel anzubieten. Hey, Frau, würdest du eine Apfel lieben? Sie ist komplett anders. Vielleicht ist die Apfel zu verraten, für ihre Liebungen. Ich wünsche nicht, dass ich ein Eimer verletze. Ich werde sie zu verdienen. Ein feines Spezimmer, sie hat gut nachgezogen. Hm. Ich wüsste, die Pferde sind leer. Sonst werden die Lokale sie in ihre Zähler verraten. Ja, das ist wohl möglich. Okay. Also wir wissen jetzt, dass wir Haare von dem Pferd brauchen. Ich weiß nur nicht, wie wir drankommen. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Ich wüsste, die Pferde sind 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 ja immer. ich bin skeptisch weiß nicht wir können natürlich das machen was wir immer machen wir gehen alle orte ab an denen wir schon mal waren das ist ein 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 Unmarkte Graf. Das ist, wo ich Janes Ragdoll aufgete. Nein, hier ist wirklich nichts los. Die Tracks sind ziemlich untarniert. Ich glaube nicht, dass viele Trainings hier durchkommen. Wir brauchen immer noch Leute, die uns helfen. Wir brauchen immer noch Mr. Brydons Legsbombs. Und wir brauchen Flirtwood und Elderflower, aber wir haben Elderflower. Wir brauchen also nur noch Flirtwood. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier kein Flirtwood. Und hier gibt es auch kein Flirtwood. Wir haben gesagt, es soll es auf dem Moor geben. Hm. Oh, die Frau de Plancy. 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 Wir brauchen! Oh, das ist was. Oh, das ist für ein St. Edmund. Er hat ein sehr guter Schatzhacken. Sie hat eine gute Schatzhacken. Daher sollte er sich auf auf dem Showen geben. Es ist einfach schön. Es ist ein Wunder. Er hat ein Spare Key für die Torre hier. Warum kann man den Spare Key sein? Nein, das ist seine Arbeit. Wenn ich es wusste, hätte ich es mir selbst und dich zurückgebracht haben. Nicht zu schuldigen. Ich denke, er sagt er, er hat es draußen gelegt. Für safekeeping, wie. War es in der Graveyard? Oh, ich weiß nicht. Best warten bis er zurück, Pet. Ich habe heraus, dass mein Vater besitzt Beuley 25 Jahre vor. William Bateman, vielleicht du ihn erinnerst? Erinnerst du ihn? Bateman, William Bateman. Ich erinnerst du William Baldwin. Er war ein richtig, mitserable sod. Mein Vater war nur in Beuley, Briefly, von dem ich verstehe. Ich versuche, was er hier gemacht. Du hast ihn zu fragen. Ich weiß nicht jemanden von diesem Namen. Mein Vater war in eine Excavation in Hobbes Barrow. Do Sie erinnerst du den Excavation? Ich beschäftige mich nur mit mattersen zu der Kirche. Ich bin sorry, ich kann nicht mehr helfen. Do you have any fresh milk going, Spare? Ich bin nicht, Pet. Nicht zu worry. Does the name Saxknot mean anything to you? Hmm. Ist das ein Village near Herdloh? No, never mind. These box pews are most unusual. Ich habe nie gesehen, dass sie so groß sind. Wir Beuleyfolk like our Privacy. Many of the pews are owned by individual families. Some might accuse you of hiding secrets. Now, now, Pet. Ich gest. At my age, it's hard to climb in and out of them. I'd rather stand. What do you make of these stones? They are not Christian. I'm certain of that. I agree. Much older, I feel. Older than Christianity? Oh, the youth of today. Thanks for your time. Lord be with you. This must belong to Mrs. De Plancy. That's not mine to interfere with. There may be a barrow digger, but I am no grave robber. Here lies Margaret Tillett, beloved mother, wife, and sister. John Purchase, dearly beloved husband of Florence. Forever in Light, Anne Kemp. Joseph Davis. Samuel Bryden. Death is only a shadow across the path to heaven. Here lies Elizabeth Farnaby. William Paxton. Modest and gentle of heart. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Hmm. Hmm. That won't achieve anything useful. Das dachte ich mir. Hmm. Naja, aber wenn sie sagt, es ist hier. Ist ja der einzige Ort, wo frisch gegraben wurde. Trotzdem wollen wir das nicht probieren. Das finde ich ja schon wieder ein bisschen irritierend. Das ist ja nun ein ganz offensichtiger Tipp, dass wir hier was finden könnten. Ein guter Platz, um zu resten. Ich meine, ich hätte sie auch fragen können, ob das das Grab, ob das nun wirklich ein Grab ist. Ist ja nun wirklich nicht so eindeutig, finde ich. In Memorie of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. In Memorie of Henry Crozier. In Memorie of Millicent Smith. In Memorie of Benjamin Garkham. In Memorie of Mabel Hurst. In Memorie of William Eger. In Memorie of Peter Black. In Memorie of George Paxton. In Memorie of Barnaby Tillett. In Memorie of Percival Roach. In Memorie of... In Memorie of Henry... In Memorie of Henry... In Memorie of Henry... In Memorie of Henry... Also es weist nicht darauf hin, dass eins davon eventuell nicht das Richtige ist. Und hier ist nun die Tür. Und da wir wissen, dass sie zu ist. Und sonst nichts Gebuddeltes. Ach, das ist aber auch wieder... Nein, 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 nein. Er bringt uns nicht weiter. Um... Oh... There's nothing else I wish to discuss at the moment. Hmm. I have nothing else to ask for the time being. I can't think of anything else to talk about right now. Wir haben aber auch nichts, was wir dem Pferd sonst geben könnten. Er hat ja kein Interesse wohl an meinem Schlüssel oder meiner Schaufel oder meinem Schüssel. Und das Raisin brauchen wir offensichtlich für die Reparatur. Was ja schon mal gut ist, dass wir es haben. Fröchte Skotze Ecke! Ich habe nichts anderes, was für das Zeitpunkt zu fragen. Ja, ja, ja. Die Pferden sind in den Komponenten, die locken können. Ich habe ein ähnliches Design gesehen in anderen normanischen Kirchen in England, aber das ist ein besonders beeindruckendes Beispiel. Das ist eine verrückte Idee. Nicht mal anschneiden. Okay, okay, ich verstehe. Mrs. De Plancy ist eine kinder, gottfearende Frau. This appears to be a recently dug, unmarked grave. Hmm. The Devil's Toe, a local landmark. The Devil's Toe, a local landmark. Hmm, 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 hmm. Ich bin doch sehr skeptisch. Irgendwo müssen wir ja hin, wo was ist. Ah, the smell of damp soil and rotting vegetation. Da ist auch nur dieser Stein. Und dann viel nichts. Und dann... Ob Sparrow. Und wir können nicht daran vorbei. Und das ist es auch schon. Es ist nicht mal ein Schnellreisepunkt. Was ja schon irritierend ist. Man müsste ja so weit. Können wir vielleicht noch mal mit Frau Mildred Walker sprechen? Guten Tag. Ja? Ich habe ein paar Wilderflöten hier. Schöne. 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 No, no, this is not elderflower. It's cowbane. An easy mistake to make. The two look very similar. Oh. It's safe to eat, as long as you're not a cow. It's safe to eat, as long as you're not a cow. Very toxic to cattle. Where can I find some elderflower? There used to be quite a few elderflower plants growing here in Hearnwood, but they've long since gone. Nowadays, you might find the shrub growing within a hedgerow or a private garden. I see. What does elderflower look like? Elderflowers are small, white and growing clumps on the elder shrub. Elder shrubs can grow in all shapes and sizes. Just look out for the clumps of tiny white flowers. Where can I find some flirtwort? Flirtwort is not commonly found around Beaulieu. It's a perennial shrub that bears small white flowers. You might find some growing out on Moors, if you're lucky. Thank you. Farewell. So, das heißt, wir haben jetzt etwas, das wir zumindest keiner Kuh geben dürfen. Aber vielleicht können wir das ja dem fröhlichen Pferd geben. Ein fröhliches Pferd. Warum nicht? Wir haben ja sonst nichts davon. Good day. Fresh produce. Is that elderflower you're selling? Aye. Perfect for teas and tinctures. Any good for sore joints? Aye. Penny a bunch. I'm afraid I don't have any money. Sorry, miss. Does it look like I'm running a charity? Can we work something out? A trade, perhaps? I deal in cash only, miss. No coin. No elderflower. What do you take me for? Goodbye. Ta-ra, miss. Hmm. Hello, Jane. Miss, watch me juggle. Ooh. Ist nicht. Very impressive. I can juggle even more apples. I dare you to juggle an extra apple. Easy. Ooh. Looking good. Told you I could do it. Here's your apple back. I'm very impressed. I'm very impressed. The apple looks somewhat rotten. It's riddled with holes. Good day. Freshly picked. Selling the mother would mislike to buy some. No, thank you. The produce is not my. It's only thanks to Jane that I've gotten as far as I have in this enigmatic place. Hello, Jane. Miss, what? Very impressive. I can juggle even more apples. I'm not sure what that would achieve. Das weiß ich doch auch nicht. Aber man muss ja irgendwas benutzen von dem, was man hier so hat. No, that won't achieve anything useful. Hmm. Also, sie kann vier Äpfel. Ist die Frage. Ob sie noch einen fünften? Ich habe nichts anderes zu fragen, für das Zeitpunkt. Ist ja schon gut, wenn wir ein bisschen Geld hätten, ne? Da hätte man doch mal die Möglichkeit, den ein oder anderen. Ja, die sind. Ja, die sind. Ja, die sind. Ja, die sind. Ja, das ist auch nichts für uns hilfreich. Und selbst wenn wir Elderflower hätten, hätten wir ja immer noch nicht dieses andere Zeug. The window box is well out of reach. These flowers look pretty. Someone must take good care of them. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt es auch als Playlisten auf YouTube oder Peertube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann. algum TRAPPON TOOclick wir könnten das painters beber